Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1584. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid am letzten Tag der Woche, in der das Podcast-Adressen am Dienstag stattgefunden hat. Sorry, dass ich bisher nicht dazu gekommen bin, einen Nachtzug nach Hamburg zu dem Thema auszuliefern. Und natürlich geht es auch um das Gewinnspiel, welches leider nicht geknackt wurde. Aber zurück zum Podcaster-Treffen. Ich hatte euch ja angekündigt, dass ich am Dienstagabend mit Simi zum Treffen der Hamburger Podcaster in die Schanze gehen werde. Das haben wir dann auch gemacht. Und viele Hörer fragen sich, was macht man bei einem Podcaster-Treffen? Zunächst mal trinkt man das eine oder andere Bier, isst eine Kleinigkeit, aber unterhält sich, stellt sich erstmal vor, wer ist man? Weil viele Leute, die treten zwar in ihren Podcasts in Erscheinung, aber eben mit wenig privatem Hintergrund. Man stellt sich also vor, was macht man so beruflich? Warum hat man mit den Podcasten angefangen? Ja, was sind andere Beweggründe und Themen vor allen Dingen, die man in seinem Podcast hat? Weil nicht jeder kennt ja jeden Podcast. Was benutzt man für eine technische Ausstattung? Und das alles wurde, so kann es ja fast gar nicht anders sein, wenn sich Podcaster treffen, auch aufgenommen. Denn ein Podcaster war dabei, der eine Armada von mobilen Aufzeichnungsgeräten dabei hatte. Und da wir beschlossen haben, dass wir einen Podcast-Cluster bilden möchten, die Hamburger Podcaster gemeinsam, haben wir auch eine Seite, auf der in Kürze ein Link erscheint. Und da könnt ihr euch das alles anhören. Ja, da hört ihr die Vorstellung aller Hamburger Podcaster. Das geht ziemlich lang, fast eine anderthalbe Stunde lang. Und deswegen habe ich es auch nicht in den regulären Nachtzug nach Hamburg hineingenommen, sondern als externen Link. Wenn ihr also auf www.nachtzugnachhamburg.de geht, dann könnt ihr per Link auf die Folge draufkommen, wo es dann eben um die Hamburger Podcaster geht. Falls es euch interessiert, macht euch einfach auf den Weg. Ja, es wurde dann ein relativ langer Abend. Und der eine oder andere hat sich zwar dann verabschiedet, aber ein paar blieben bis zum Schluss übrig. Und ganz zum Schluss war es Onkel Sebastian. Den kennt vielleicht der eine oder andere, der schon länger Podcasts hört. Und zwar heißt sein Podcast Warnzeit. Ja, da gibt es in zwei Varianten. Und wir haben dann noch die Location gewechselt, haben noch ein Augustinerbräu getrunken, was ihr ganz gut fand, dass es das hier in Hamburg gibt. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ich denke mal, die Podcaster werden sich jetzt regelmäßig treffen. Bin gespannt. Das geht ja schon mailmäßig. Ist man jetzt miteinander vernetzt, schreibt sich hin und her. Und ganz bestimmt wird man aus dieser Richtung öfter was hören. Aber vorgegriffen wird jetzt an der Stelle natürlich noch nichts. An der Stelle geht es jetzt ums Gewinnspiel. Und zwar sind auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage zwei Fotos verlinkt, wo beide erraten werden sollten. Einmal sollte erraten werden, welche Person sich auf dem Foto befindet. Das haben einige richtig. Es ist Olli Dietrich. Aber an zweiter Stelle, das ist schwer zu erraten gewesen. Eigentlich hatte man nur eine Chance, wenn man in Hamburg die Presse verfolgt, dann könnte man das wissen und wenn man sich natürlich auch dafür interessiert. Es gab in Hamburg mal einen Club. Der nannte sich Mojo Club oder manche haben auch Mojo Club gesagt, schreibt sich also M-O-J-O. Und das könnt ihr gerne mal googeln. Es ist ein berühmter Club. Es war lange Zeit einer der zehn angesagtesten Clubs in Deutschland. Und der hatte seine Lokalität an der Reeperbahn. Da war der Club zu Hause. Und irgendwann wurde aber das Gebäude abgerissen, in dem sich der Club befand. Jetzt war der Club heimatlos. An der Stelle, wo das Gebäude stand, nämlich ein altes Parkhaus, stehen heute zwei Bürotürme. Und der Mojo Club oder Mojo Club wurde auch wieder eingebaut. Aber der befindet sich jetzt unter der Erde oder im Fundament eingelassen. Klingt vielleicht ein bisschen schöner. Und der Knüller ist die Eingangssituation dieses berühmten Musikclubs. Denn man kann über den Club ja hinweglaufen, indem man über die Reeperbahn geht. Und wenn der Club öffnet, dann erheben sich die Eingangsportale hydraulisch angetrieben aus der Erdoberfläche. Also tagsüber ist es eine glatte Platte, über die man läuft. Und wenn der Club nachts seine Pforten öffnet, dann öffnet sich die Pforte, indem sie aus der Erde herausgedrückt wird. Mit Hydraulikarmen. Und wie das aussieht, das könnt ihr euch dann nochmal anschauen, jetzt wo ihr wisst, was es ist. Leider hat niemand gewonnen, aber es ist auch gar nicht schlimm. Es macht ja einfach auch mal Spaß mitzuraten und auch sowas Interessantes zu erfahren. Und wenn dann der Club tatsächlich wieder in Betrieb ist, dann wird es natürlich mal einen Nachtzug nach Hamburg genau zu dem Thema geben. Bis dahin könnt ihr mal in Google Mojo Club eingeben, was diesen Club so berühmt gemacht hat in der Vergangenheit, was das Besondere an der Musik ist, was die musikalisch jeweils zum ersten Mal gemacht haben, bevor es alle andere nachgemacht haben. Das alles, wie gesagt, ist auch im Internet unter Wikipedia zu finden. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, fürs Mitraten, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend.